Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans, beziehungsweise heute eher ein Let's Build Clash of Clans, oder wie man es auch nennen möchte. Ein Video, wo sicher viele von euch darauf gewartet haben und auch gleich am Anfang. Schon mal der Hinweis, nicht wundern, wenn ich während des Videos hier rüberschaue. Ja, es wird Zeit, ganz klar. Ich bin mit meiner Base, die ich hier habe, habe die Clan War Base als Farming Base übernommen, um mal zu wirklich sagen. Ja, es kommen schon Ressourcen zusammen, aber das ist sicher ausbaufähig. Und deswegen habe ich mich jetzt die letzten Tage wieder ein bisschen im Netz rumgetrieben, habe mir dann am Ende auch da der Hinweis natürlich gerne, wo baue ich denn meine Bases? Auf clashofclansbuilder.com. Eine Base kreiert, auch hier wie immer Inspirationen geholt, also ist nicht 100% auf meinen Mist gewachsen, aber ich kann euch jetzt keine Prozentangaben geben, wie viel von mir stammen, wie viel von, ja, andersher ich mich habe inspirieren lassen. Aber ihr findet es ja immer ganz cool, wenn ich die Base, sage ich mal, nicht jetzt mit Speed Build, ich habe das schon oft gesagt, ich finde Speed Builds wirklich recht langweilig, sondern ja, wenn ich sage, warum mache ich das so, warum mache ich das so, warum mache ich das so? Und ich dachte mir, ja, das machen wir auch wieder heute. Ich habe mir die Bases hier nebenher und klar, auswendig kann ich sie nicht, von daher schaue ich schon immer ein bisschen rüber. Und wir fangen noch direkt mal an. Also ist eine Rathaus Level 10 Farming Base, ist das vielleicht noch ganz interessant zu sagen, aber ich vermute mal schwer, dass ich das Ganze auch in den Titel gepackt habe. Also wer jetzt hier sagt, ich brauche nur Rathaus 8 oder Rathaus 9, ja, der kann natürlich gerne dieses Video einfach überspringen. Und das Zentrum, wie so oft, bildet natürlich auch hier wieder unsere Glamburg, die hier reinkommt. Und ja, wir bauen jetzt wirklich einfach mal drumherum. Es ist die Base. Ja, ich finde es wirklich am Ende recht interessant. Und als nächstes brauchen wir unsere Infernus, die ich insoweit zum Bauen noch recht selten benutzt habe. Das muss ich selber schauen. Also wenn man mal das Grundgerüst hat, dann, ja, baut sich der Rest ja leichter, aber wenn man sich beim Grundgerüst schon verbaut, dann wisst ihr ja selber, kann es am Ende zu Problemen führen. Aber deswegen konzentriere ich mich mal direkt hier und baue das noch schön hin. Da kommt der nächste X-Bow hin. Dann hier eine erste Variation, die man schon machen kann. Das ist je nachdem, was einem am Ende noch wichtiger ist. Ins Zentrum bei dieser Base kommt viermal Luftabwehr. Das heißt, wenn man wirklich luftabwehrtechnischen guten Schutz gewährleistet haben möchte, dann würde ich das an eurer Stelle auch wirklich eins zu eins so übernehmen. Wenn ihr sagt, nö, mir ist zum Beispiel Gold oder Elixier, je nachdem noch wichtiger, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ihr packt die Luftabwehr dafür einen Schritt weiter raus. Aber da komme ich dann ja gleich nochmal zum Sprechen, wenn wir dann mehr oder weniger in den nächsten Bereich nach außen ziehen. Wir brauchen jetzt erstmal den zweiten Entferner und jetzt zeigt sich mir dann auch gleich schon, ob ich das Grundgerüst insoweit richtig gebaut habe. Ja, das schaut doch sehr gut aus. Es kommt als nächstes eine suchende Luftminie noch hier hin. Also Luftschutz, wenn man es dann so nennen möchte, ist wirklich gewährleistet. Und jetzt kommt die nächste Luftabwehr, die kommt direkt hier hin. Und unser letzter X-Bow, der bei mir leider noch auf 1 ist, der dritte. Aber ich hatte noch nicht das nötige Gold und habe auch gesagt, ich investiere erstmal meine anderen Verteidigungseinheiten, dass die alle auf der gleichen Stufe sind. Jetzt haben wir hier den X-Bow. Es kommt die nächste Luftabwehr. Kommt hier direkt neben den X-Bow, beziehungsweise auch neben den Inferno. Dann kommt unsere Bogenschützenkönigin. Die darf in diesem Fall das Zentrum fleißig mit verteidigen. Die kommt hier einmal neben die Luftabwehr. Und ja, ganz klar, jetzt haben wir natürlich nochmal eine Luftabwehr. Und die kommt hier hin. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht komplett verbaut habe, haben wir das Zentrum insoweit schon mal richtig hinbekommen. Das heißt, das machen wir als nächstes ganz klar. Wir fangen mit dem ersten Mauerkreis an und lassen das Zentrum schon mal schützen. Man sieht hier, wo ist der Hauptfokus drauf. Wie immer natürlich, wie so oft, das dunkle Elixier soll hier bestmöglich geschützt werden. Also das haben wir wirklich einmal lang in der Mitte. Und eben auch wirklich die Verteidigungseinheiten. Also es ist zwar ganz klar, meistens wird man gebartscht. Also wird man mit Bogen und Barbaren angegriffen. Aber gerade, das ist auch eine Base, kann man sagen, für einen höheren Liegenbereich. Also nicht, wenn ihr jetzt hier unbedingt nur in unteren Liegen unterwegs seid. Sondern es soll wirklich einfach gewährleistet werden, dass schön verteidigt werden kann. Und ja, die ersten Erfahrungsberichte werden dann natürlich folgen, wenn es soweit ist. Das wäre erstmal unser Zentrum. Und man sieht ganz klar, hier ist der Fokus da. Infernus werde ich natürlich auf Multi stellen. Mit X-Boss würde ich sagen, wenn man die X-Boss mit Luftabwehr beides in der Mitte hat, würde ich sie an eurer Stelle auf Boden stellen. Wenn ihr sagt, ihr macht die Luftabwehr weiter raus, dann würde ich ganz klar sagen, macht man es eher so, dass man auf Boden und Luft, dass man da einfach einen besseren Schutz gewährleistet hat. So, dann machen wir mal oben weiter mit einem kleinen Minenwerfer. Und den müssen wir mal eins rüber. Genau, vor diesen Minenwerfer kommt dann noch ein Bogenschützen-Turm. Und das ist dann auch in diesem Fall ein kleiner, aber feiner Einzelbereich. Das heißt, hier können wir direkt mit meinen 8er Mauern mal wieder nach vorne durchziehen. Aber, ja, es wäre ja langweilig, wenn nicht hier auch ein paar spezielle Fallen eingebaut werden. Und das ist natürlich auch hier wieder der Fall. Bogenturm kurz weg, dass ihr das auch schön seht. Die Mauern hier machen wir auch nochmal weg, die ich versehentlich gemacht habe. Und hier kommt, ja, ganz oben das erste Tellereisen hin. Das ist wirklich mittlerweile was, was ich in meine Bases sehr, sehr gerne mit einbaue. So kleine versteckte Fallen, die dann doch, ja, die eine oder andere Truppe mal rauskatapultieren. So, und das wäre jetzt der erste Bereich hier. Und jetzt, ja, ihr wisst ja auch, ich bin ein Fan von symmetrischen Bases. Und die Base gewährleistet das in gewisser Weise auch. Und zwar haben wir hier vier Bereiche, was ich generell beim Farmen sehr, sehr wichtig finde, die geschützt werden von Magiertürmen, wo dann eben meine Ressourcen am Start sind. Also wir fangen hier mit dem Elixier an. Was wirklich immer variabler ist, meiner Meinung nach, was ihr euch austoben könnt, wie ihr wollt, ist, wo ist das Gold, wo ist das Elixier. Also da kann man wirklich sagen, lege ich auf die Ressource mehr Wert oder lege ich auf die Ressource mehr Wert. Genauso dann eben auch die Möglichkeit bezüglich der Luftabwehr, dass man sagt, ich packe die eben weiter raus und packe dafür was anderes rein. Das könnt ihr am Ende wirklich ganz individuell gestalten, auf was ihr halt gerade spart. Aber ich werde euch da, wie gesagt, auch die nächsten Tage, Schrägstrich, Wochen up-to-date halten, was die Base denn so zu bieten hat und wie sie sich schlägt. Wenn ich natürlich merke, absoluter Fail, gar keine Frage, dann baue ich auch um. Aber hier hätten wir so den ersten Bereich mal. Und jetzt kommt direkt wieder hinterher, wie man es gerade schon gebaut hat. Also im Großen und Ganzen ist eine gewisse Symmetrie bei dieser Base auch geboten. Haben wir unsere Minienwerfer-Bogenschützenturm-Kombi, die wir in dem Fall dann auch wieder einmauern. Einmauern, aber auch hier ganz klar gibt es gleich wieder ein paar Fallen. Ich muss gerade selber schauen, dass ich mich hier nicht verbaue, aber das klappt bisher ja noch ganz gut. Hier kommt eine Goldmine hin, hier dazwischen kommt eine Mauer und wir haben dann hier auch gleich schon die erste Falle, die wir wieder reinbauen. Und zwar beginnt die mittig, eins muss glaube ich noch weg. Ja, ich glaube, genau, jetzt haben wir nochmal zwei Tellereisen, die wir hier einpflegen und mehr oder weniger reinmachen. Und ja, das sieht gut aus, genau so soll das. Und dann kommen wir in den nächsten Bogenschützenturm, dann nehmen wir einfach mal den, der gerade upgradet wird. Und da daneben haben wir dann einmal eine Skelettfalle, da nehme ich einfach mal meine Level 1. Haben dann die erste Riesenbombe, da nehmen wir auch mal noch die schwächere und haben neben die Skelettfalle noch ein kleines Mauerstück, dass hier keine Truppen gesetzt werden können. Wenn es denn geht, es lässt sich hier, doch, jetzt hat es geklappt. Hervorragend. So, dann haben wir das und ganz außen die erste Kanone, da nehmen wir die 10er. Die wird zwar momentan bei mir schon fleißig auf Stufe 11 geupgradet, aber ja, kann ja nicht schaden, wenn man sich dahingehend ein bisschen austobt. Dann können wir auch schon mal hier ein bisschen den äußeren Bereich gestalten, wenn wir schon hier sind. Hier kommen nämlich zwei Elixiersammler hin, die dann da am Start sind. Und ja, ganz klar, die Kanone darf auch wieder nicht, dürfen die Mauer nicht fehlen. Das heißt, die kasteln wir direkt mal wieder ein. Und in dem Fall können wir die Mauer einmal ganz entspannt ganz nach vorne ziehen, um den Bogenschutzenturm rum und schließen das Ganze auch bei Minionwerfer. So hätten wir dann den nächsten Bereich fertig. Ich denke, die ganzen Außensachen machen wir dann nachher weiter, sodass wir uns jetzt hier mehr oder weniger um das Zentrum weiter kümmern. Und jetzt, ganz klar, kommt der nächste Bereich wieder mit Ressourcen. Wir haben ein Elixierlager. In dem Fall eine Kanone. Jetzt kommt wieder ein Bohrer für dunkles Elixier, der hier auch eher ein bisschen weiter drinnen ist, weil ihr wisst ja generell, dunkles Elixier ist so fast das, was am schwersten einem Feld zu sparen. Und deswegen sind hier auch die Elixierpumpen, beziehungsweise Bohrer, nicht außen, sondern eher ein bisschen weiter innen, dass da eben wirklich, ja, wenn man mal ein, zwei Tage, sage ich mal, nicht aktiv war, dass da ein gewisser Schutz geboten ist, dass man die dann absammeln kann, weil ich finde wirklich dunkles Elixier ist, ja, man hat dann zwar die drei Bohrer am Start, aber ich finde immer noch, dass es recht knackig ist, da große Mengen sammeln und sparen zu können. Es klappt jetzt aber bei mir auch ganz gut, gar keine Frage, aber, ja, warum denn nicht das Ganze ein bisschen besser schützen? So, der Bereich wieder fertig mit Magieturm am Start. Jetzt ganz klassisch kommt wieder unser Minenwerfer nicht Kanone, nein, Minenwerfer nicht Kanone, sondern wir brauchen ein Bogenturm. Haben hier einfach den Vorteil, dass wir Schutz sowohl für Boden als auch für Lufteinheiten haben, deswegen ganz klar kommt hier ein Bogenturm hin. Und das muss ich wieder schauen, auch hier kommt dann natürlich gleich wieder eine kleine, aber feine Falle, die integriert wird, und zwar in Form eines Tellereisens, genau wie wir es an der anderen Seite haben und das kommt hier hin und dann wird die Mauer insoweit auch wieder geschlossen. Hervorragend. So, dann bauen wir hier gleich mal noch weiter den äußeren Bereich und zwar haben wir da nochmal eine Goldmine, dann haben wir einen weiteren Bogenschützenturm und dann haben wir wieder die Kombo, wie zuvor auch schon, aus einmal Sklettfalle und Mauerstückchen und Riesenbombe. Also das Mauerstück braucht in dem Fall wirklich, dass da eben eine kleine Lücke gefüllt wird, die nächste Riesenbombe hinterher und jetzt kommt auch wieder eine Kanone, die bei mir leider noch auf Stufe 11 ist, also Stufe 12, macht es optisch ganz klar dann nochmal einen, ja, mächtigeren Eindruck, aber das kann ja noch kommen. So, und dann können wir auch diesen Bereich hier schließen. Hervorragend. So, dann hätten wir das auch, Ausnahme gesagt, machen wir wie gesagt später weiter, sodass wir hier zum nächsten Bereich kommen, ganz klar, wir haben wieder unser Elixierlager, haben eine Goldminie am Start, haben daneben unseren letzten Bohrer, sind in dem Fall ja nur drei Stück beim dunklen Elixier, wer weiß, wenn Rathus Level 11 kommt, kann es natürlich gut sein, dass das auch geupgradet wird, haben unseren Magierturm und ja, was fehlt noch? Ganz klar, das Goldlager, das dritte im Bunde, packen wir hier hin und auch das, ja, darf jetzt einmal eingekastelt werden und ich glaube, das war ohne Falle, ja, diese Mauer schließt sich jetzt erst mal ganz normal und jetzt können wir dann auch direkt weitermachen, was kommt denn vor die Bogenschützenkündigen? Ganz klar, unsere letzte Combo aus Minenwerfer und Bogenschützenturm und dazu werde ich euch gleich auch noch, ja, näheres erzählen, warum das Ganze so ist. Wir haben jetzt hier noch ein Mauerstückchen, jetzt kommen da wieder, das haben wir auch schon zweimal gemacht, Tellereisen mit rein und dann wird dieser Mauerbereich auch erst mal weiter geschlossen. Eine Mauer zu viel und damit ich die Übersicht behalte, können wir den Bereich dann hier auch gleich schon mal weiterbauen. Was davor kommt, wir haben einmal eine Goldmine, haben dann einen Bogenschützenturm, das müsste der letzte sein, genau und haben jetzt wieder die Combo aus Skelettfalle, wenn ich sie dann finde, die letzte, da haben wir sie, Skelettfalle, ein kleines Mauerstückchen, das hier raus darf und eine Riesenbombe und da daneben tippe ich einfach mal eine Kanone, so ist es in der Tat, da kommt die nächste Kanone hin, da haben wir noch ein paar mehr am Start und auch dieser Bereich wird jetzt eingekastelt mit Mauern, Level 8, mir fällt gerade auf, ich hätte eigentlich die Neuner fürs Zentrum nehmen können, habe da irgendwie vorher gar nicht dran gedacht, aber gut, gibt Tragischeres. So, dann hätten wir das auch und ja, es fehlt ja noch was Entscheidendes. Zum einen machen wir es aus unserem letzten Bereich, aber dann ist natürlich auch die große Frage, hey, wo kommt denn am Ende das Rathaus hin und das wird jetzt gleich kommen, wir haben hier einen eher kleineren Bereich, das ist aus Elixier, Gold und Magierturm, den wir insoweit auch ohne größere Falle einfach einmal, ja, zuziehen, wenn man es denn so nennen möchte und jetzt kommen dann auch unsere Neuner Mauern, dann packen wir die einfach hier außen hin, sehen ja doch deutlich beachtlicher aus und ja, jetzt kommt dann unser Bereich mit dem Rathaus und zwar geht es los mit einer Riesenbombe, dann kommt daneben das Rathaus, also es ist so eine, ja, es gibt ja diese Rush-Bases, wie man sie nennt, wenn man gewährleistet haben möchte, dass das Rathaus nicht sofort gesnipet wird und in gewisser Weise spielt das auch darauf hin, also es wird hier wirklich, ist vielleicht bei manchen verhasst, aber ich finde es eigentlich legitim, es wird hier mit Teslas geschützt, zum einen, zum anderen, wie ihr aber gleich sehen werdet, wenn wir erstmal unsere Mauern hier noch weiter rausziehen, das war es ein bisschen weit, aber es ist nicht so tragisch, wir bauen hier oben mal kurz weiter mit dem Barbarenkönig, zu dem kommen wir auch gleich zu sprechen, dann kommt nochmal eine Kanone hin, dann haben wir eine weitere Riesenbombe und auch nochmal ein kleines Mauerstückchen, was wir hier nach außen ziehen, dass da einfach keine Truppen gesetzt werden können, die Riesenbombe kommt eins nach drüber, das haben wir auch und dann kommt nochmal die letzte verbleibende Kanone hier hin und hier oben, ganz klar, wird es auch gleich nochmal geschlossen, wir haben den Bogenturm hier, da geht es jetzt einmal bis ganz nach vorne, aber wir brauchen eine 9er Mauer, natürlich, so, und das geht einmal bis hier nach vorne, geht dann hier nach drüben und jetzt habe ich irgendwo ein Mauerstückchen zu, nein, perfekt, das passt, das ist das hier, so, nicht verbaut, das ist schon mal gut, dann haben wir diesen Bereich auch geschlossen, also man sieht hier, das Radhaus ist geschützt und jetzt machen wir direkt mal weiter, dass wir, ja, wir haben ja noch einiges an Gebäuden, was platziert werden muss und auch das ist alles nicht einfach so irgendwie, sondern wir fangen mal an, also, wir haben hier die erste suchende Luftminie, dann haben wir als nächstes eine Kaserne, die wir schon mal nicht setzen können, wegen diesem Grabstein, aber ich denke, das können wir verkraften, indem wir das hier setzen und im schlimmsten Fall muss ich meinen Grabstein weg, also eigentlich soll sie direkt da, dann haben wir nämlich als nächstes noch eine Luftbombe am Start, ja, die am Ende der Kanonen hinkommt, also eigentlich kurz hier wirklich die Kaserne zwischen rein, mal schauen, ob ich mich dazu entscheide, dass ich den Grabstein abbaue oder ob ich sage, nee, ist egal, entscheide ich dann spontan, so, dann haben wir als nächstes jetzt ein Lager, das wir verteilen und das kommt, also ja, also ich sage, die Außenbeäute, klar, sie sollen in gewisser Weise schon gewährleisten, dass man eben einen Kreis außenrum hat, dass man mit den Einheiten nicht so nah dran kam, jetzt haben wir die erste Bombe, die wir hier oben draufsetzen, hier zieht zwei Elixiersammler, haben wir schon, hier kommen jetzt an die Spitzen jeweils schon Bomben, die gerade auch, wenn da mal ein Mauerbrecher hinlaufen, soll, ja, helfen, gar keine Frage, und hier nochmal eine suchende Luftmine, da da rein, Kaserne, dunkle Kaserne, das könnt ihr natürlich am Ende machen, wie ihr wollt, wir machen hier, die nächste Kaserne, machen wieder eine Luftbombe, machen einen Elixiersammler und dann kommt unser nächstes Armeelager und ganz klar, maximalerweise, ihr wisst das, zwei Abstand, das ist auch hier angedacht, dass man eben nicht so nah seine Truppen dran setzen kann, jetzt kommt die nächste Bombe hier an diese Spitze, hier kommen jetzt zwei, unsere letzten zwei Goldminen rein, Nummer 1 und Nummer 2 und wir haben die nächste Bombe zum Schutz an dieses kleine Mauerstückchen dran, hier rein kommt dann nochmal die Zauberspruchfabrik und dann kommt nochmal eine suchende Luftminie und die Zauberspruchfabrik hat sich nicht setzen lassen, dann setzen wir sie doch gleich nochmal, da ganz nach hinten wandert sie dann, warum auch immer, so, jetzt haben wir das, weiter geht es mit einer Kaserne, die wir hier hinpacken, dann kommt eine Luftbombe nochmal zum Schutz, dann kommt ein Elixiersammler, wieder mit zwei Abstand, dann kommt unser nächstes Armeelager mit zwei Abstand, hervorragend, dann kommt eine weitere Bombe hier an die Spitze, hier rein, wie soll es denn anders sein, kommen nochmal zwei Elixiersammler, unsere letzte Bombe kommt jetzt an dieses Mauerstück, jetzt kommt nochmal eine dunkle Kaserne und dann kommt nochmal eine suchende Luftmine und jetzt kommt unsere letzte Kaserne, die können wir in dem Fall setzen, jetzt kommt die letzte Suche, die letzte Luftbombe so rum und jetzt kommt eine nette Reihe aus Bauhütten, die hier auch zum Schutz dienen, das nicht direkt gesetzt werden kann, Nummer drei und Nummer vier und jetzt kommt nämlich hier noch das verbleibende Armeelager hin, das wird direkt hier eingebaut, oh, Jungs, schaut es euch an, da muss ich die ganze Base ein bisschen verschieben, also achtet wirklich drauf, dass ihr das perfekt mittig macht, das muss, ja, ich werde es nicht in dem Video machen, ganz klar, aber eigentlich soll es hier noch hin, jetzt machen wir mal noch weiter, das Labor, denke ich, wird dann wahrscheinlich auch nicht hinpassen, also hier soll eigentlich noch das Labor hin, da stört meine Tannenbaum, also hier kommt das Labor hin, denkt euch das und die letzte Bauhütte, die bekommen wir aber in dem Fall, Gott sei Dank problemlos hin, kommt noch vor die Teslas, gut, da habe ich dann nach dem Video nochmal ein bisschen Arbeit, also hier kommt noch ein Armeelager hin und hier kommt das Labor hin und die Kaserne hier oben kommt eigentlich ein bisschen nach drüben, also schaut wirklich, dass ihr die Base schon mittig platziert, ihr seht hier, ich bin ein bisschen zu weit nach oben gerückt, aber so, das ist erstmal das Grunddesign und ja, wir haben zum einen, was haben wir denn also, das Rathaus, wie gesagt, ist nicht easy zu holen, es kommen die Teslas raus, es ist ein Riesenbomb, da auch eine interessante Sache ist, dass der Barbarenkönig, wenn Truppen von da kommen, die nach außen zieht, also, dass die dann einfach angreifen wollen, ihr seht, das Rathaus ist hier halb noch in der Range drin, vom Barbarenkönig, was auch gewährleistet ist, jeder Kombo aus Elixier und Goldlager, wie ich es schon erwähnt habe, ist vom Magieturm geschützt, aber auch jeweils von zwei Minenwerfern und die Bogenturme außenrum auch, es gibt kein Gebäude bei dieser Base, was außerhalb der Range ist, also Minimum ein Gebäude, ja, sei es eine Kanone, sei es ein Bogenturm, ist in Range drin und wie gesagt, hier noch ein bisschen variiert werden kann, wenn ihr sagt, euch ist Gold oder Elixier wichtiger, dann könnt ihr die Luft ab jeweils einzelne Etage rausrücken und dafür Gold oder Elixier ganz ins Zentrum und am Ende bei so einer Base, ganz klar, muss man sagen, man muss beobachten, wie sie sich schlägt, ich kann euch das jetzt auch nicht sagen, ich habe jetzt wie gesagt noch die Arbeit, dass ich das alles um zwei, drei Bereiche nach rechts rücken darf, gibt es sicher auch Schöneres, wäre cool, wenn man die ganze Base irgendwie schnappen könnte und nach unten ziehen, das klappt trotz Bearbeitungsmodus leider noch nicht, also werde ich mich da jetzt nochmal 10, 15 Minuten hinsetzen und die Base dann perfektionieren und ja, ich werde euch die nächsten Videos auf dem Laufen halten, wie sie sich schlägt, ich hoffe natürlich, dass euch das Base-Umbau-Video gefallen hat, viele haben es gefordert, ich habe es euch gerne geliefert, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, auch gerne ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.